Dieses Ü-Ei hat 100 Kalorien. Aber das ist nicht das Problem. Etwas Aufstrich für dein Brötchen. Oder doch lieber ein ganzes Blech Ofenkartoffel. Beides exakt 400 Kalorien. Dein morgendliches Schokomüsli. Oder 400 Gramm Skier mit Geschmack. Massig Erdbeeren und Blaubeeren. Beides hat exakt 360 Kalorien. Vier Bounty-Kekse, die echt nicht aussehen wie auf der Verpackung. Oder doch eine ganze Schale Feta-Ofengemüse. Abends auf der Kaut schön Eis essen. Für 280 Kalorien bekommst du genau das hier. Oder eine ganze Schüssel Fruchtsorbet. Das ist mal ein Unterschied. Hiervon könntest du genau so viel trinken. Oder einen ganzen Protein-Shake. Und bei allen Vergleichen, mal ganz abgesehen von dem, was drinsteckt. Das Problem liegt weder in den Kalorien, noch im Zucker, noch im Fett. Sondern darin, dass wir manchmal gar nicht begreifen, was wir da eigentlich essen. Also ess bewusst, dann geht auch sowas klar.